Ja, hallo Leute. Heute machen wir einen speziellen Fahrfilm und zwar sind wir heute draußen. Heute machen wir einen Fahrtag mit unserer Gartenbahn, mit einiger unserer schönen Modelle, einiger unserer RAB und FO Schätze. Viel Spaß damit, mit dem sonnigen Wetter auch. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Ich habe mir gedacht, ich bin ein Urlaub, weil dann eigentlich ist ja eh, wenn wir in Österreich kommen. In der Früh vier sehen wir die Bühne auf alle Fälle. Weil dieses Badrass sind die Gründchen, die sind so gut oder so, ganz ehrlich. Und wieder sind die Strasse oder sind die, also sie können mit vier Jahren bringen oder so. Vorsicht! Ganz vorsichtig sein hier. Vorsicht! Hans-Bakuse. Boah! Musik 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 Ich habe noch et cetera. Es ist ein kleiner, kleiner kleiner, kleiner kleiner, kleiner kleiner. Das ist das, was ich jetzt anbieten kann. Es gab ja solche, solche wie Geras, wo sie die Leute wieder ausreichen. Das war ja nicht so, dass ich mich anbieten kann. Das war ja nicht so, dass ich mich anbieten kann. Ich bin mir nicht so, dass ich mich anbieten kann. Vielen Dank. 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 Ja, kann sein. Yeah. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020